Die Zeichentrick-Filmfestspiele Anima Syros auf der griechischen Insel Syros gehören zu den wichtigsten kulturellen Veranstaltungen des Landes. Weit über die Grenzen Griechenlands hinaus ist das Festival in der Zeichentrick-Szene ein Pflichttermin. 180 Werke wurden in diesem Jahr gezeigt. Auszeichnungen wurden in sieben Wettbewerbsklassen vergeben. Besonders beeindruckt hat mich der Wunsch der Menschen, den Neuanfang nach der Pandemie in allen Bereichen der Kultur, auch im Zeichentrick-Film, zu erleben. Ich werde immer die Ehrung der Freiheit, die mit der Feier des 200. Jahrestags der griechischen Revolution verbunden ist, in Erinnerung behalten. Für uns war das eine strategische Entscheidung, die durch das Urteil des Publikums bestätigt wurde. Die Britin Joanna Quinn wurde für ihren Film Affairs of the Art ausgezeichnet. Wie in ihren vorherigen Werken stand die Heldin Beryl im Mittelpunkt des Streifens. Als ich die Möglichkeit entdeckt habe, meine Zeichnungen zum Leben zu erwecken und ihnen Charakter und Bewegung zu verleihen, war ich wie besessen. Wahrscheinlich hat man die Kontrolle und Macht, weil man Leben erschaffen kann. Und die Menschen reagieren darauf. Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus Kino, Zeichnen, Kunst und Gott. Siros war im 14. Jahr in Folge Gastgeber des Zeichentrick-Festivals. Die Veranstaltung ist eine Bezugsgröße, nicht nur für den Einheimischen, sondern auch den internationalen Zeichentrick-Film. In diesem Jahr hat die Veranstaltung wieder einmal ihre Ausdruckstärke, Lebendigkeit und Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt.